Ja, natürlich freue ich mich jetzt sehr, dass es losgeht, endlich nach Sochi, das ist ja das Highlight von der Saison, auf das man hinfiebert und da eben alles gibt. Ja, und jetzt ist es endlich soweit, jetzt geht es dann gleich los und deshalb freue ich mich jetzt auf gute Bedingungen, schönes, hoffentlich gutes, schönes Wetter und natürlich schöne Rennen. Ja, gut natürlich, also alles gut soweit. Wir sind leider eh nicht so ein großes Team, das ist leider so, aber ich glaube, wir haben trotzdem ein gutes Team am Start und deshalb, ja, freuen wir uns alle. Ja, ich meine, natürlich hätte ich nichts dagegen, das ist eh klar, aber leider, wenn man es mir Saison anschaut, ja, ich war lang krank und deshalb ist es nicht unbedingt optimal verlaufen. Ja, und deshalb, glaube ich, gibt es in meiner Disziplin im Riesensalm schon andere Favoritinnen, aber ich bin auf alle Fälle die Jägerin, ich werde alles geben und dann schauen wir, was rauskommt. Ja, natürlich, es wäre schön, wenn ein Skifahrer oder Skifahrerin dann die Fahne tragen könnte, aber schauen wir mal, was jetzt letztendlich entschieden wird. Ich weiß nicht, wann wird denn das entschieden? Am 5. Ah, okay, ja, schauen wir mal. Alles klar, danke. 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 Danke.